Weeea напft , we wine Mao Halt's Maul! Gorgeous Baby Nahrung ist zu hundert prozent natürlich mit den richtigen Nährstoffen für ihr wachsendes Baby Euher Baby is... Was zum Teufel ist diese scheisse!? Johnston, sie sind gefeuert! Unser job ist es Werbung zu machen Leute! Wir brauchen etwas Aufregendes Wir brauchen... Mehr Brüste! Nein, stereotypischer Nerd! Wir brauchen... Dubstep. Das ist richtig, Gentleman. Dubstep. Und was genau ist dieses Dubsteps? Ist das diese gottverdammte Roboter-Musik, mit der ich mein Kind beim Hörnerwischt habe? Ja, es ist dies und viel mehr. Zum Beispiel, seht was geschieht, wenn ich eure langweilige Baby-Nahrung-Werbung nehme und etwas dazugebe. Dubstep. Wow, das war ziemlich krasse Scheiße. Nun, wie dem auch sei, was können diese Dubsteps tun für eine Reihe von Lufterfrischer-Produkte? Na, Dubstep! Wir zeigen Ihnen die neuen Plugins. Stecken Sie sie rein. Und der Duft entfacht sich im gesamten Haus. Ach du meine Güte! Das ist höchst auffallend! Was ist mit einer Reihe von Lotion und Gleitmittel? Dieses Zeug ist sehr wichtig. Für einige Leute. Dubstep. Wow, 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 wow. Das können wir nicht im Fernsehen zeigen. Was? Er nutzt es aus dem Grund, aus dem es jeder benutzt. Ja, alles schön da drauf. Oh, äh, ja, ich benutze es auch so. Ich nicht. Ich nutze es auch. Was können Ihre Dubsteps tun für eine Reihe von Reinigungsmitteln? Dubstep. Der neue Spiffer-Mob schließt 5% mehr Staub ein als ein gewöhnlicher Mob. Das ist zu viel. Na toll. Ihre Dubsteps haben bei diesem alten Mann einen Herzinfarkt verursacht. Wissen Sie was? Das können wir nicht tun. Was ist, wenn diese Dubsteps all unsere potenziellen Kunden töten? Ach was? Das Dubstep auf alles! Was haben Sie getan? Was haben Sie getan? Wer sind Sie? Das werden Sie niemals erfahren! Ha 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 ha! Dieses Video wurde gesponsert von Grapewater. Es schmeckt wie Scheiße, aber es hat Dubstep in seiner Werbung, also kaufen Sie es sowieso. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um sämtliche Songs, die in diesem Clip vorkamen, runterzuladen. Und besucht auch meinen Shop. Danke fürs Abonnieren! Ihr erwartet doch jetzt keinen Spruch, oder? Denn es kommt keiner! Das war's! 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 Bis zum nächsten Mal.